Du bist den ganzen Weg von Minnesota getrampt. Wozu? Für die Inspiration. Niemand will hören, was irgend so ein Junge vorgestern geschrieben hat. Also, ich mag deine Songs. Wer hat das geschrieben? Erda. Was sagt ihr zu John Bates, Leute? Sie ist schön. Singt schön. Vielleicht zu schön. Deine Songs sind wie so ein Ölgemälde in der Zahnarztpraxis. Du bist ein ganz schönes Arschloch, Bob. Wenn man da oben steht und das Publikum fesseln will, muss man schon irgendwie ein Freak sein. Du kannst schön sein oder hässlich, aber auf keinen Fall langweilig. Also, wann kommt dein neues Album? Äh, bald. Du hast jetzt 200 Menschen in diesem Raum und jeder will, dass ich jemand anders bin. Die sollten mich einfach lassen. Dich wie lassen? Wie auch immer sie mich nicht haben wollen. Ich hab gehört, Bob spielt elektrisch. Nicht auf unserer Bühne. Keine Chance. Oh mein Gott, das Wort Dill. Oh mein Gott! Die wollen nur, dass ich für den Rest meines gottverdammten Lebens Blown in the Wind singe. Das wird ein paar Leute richtig wütend machen. Du bist hierher gekommen mit nichts weiter als einer Gitarre. Du sprichst nie über deine Familie, deine Vergangenheit. Menschen erfinden ihre Vergangenheit. Sie erinnern sich nur an das, was sie wollen und vergessen den Rest. Ich will wissen, auf welcher Seite es steht. Ich weiß nicht, ob die hören wollen, was ich spielen will, Johnny. Ich will es hören. Lass uns krachen, bitte.